Hier ist das Schloss Gelindenberg. Das Schloss ist wunderbar. Es ist sehr groß und hat viel Platz. Viele Leute wohnen da. Ich bin König Adelbert. Ich habe immer viel zu tun. Ein König hat ja immer Stress. Am Abend möchte ich meine Ruhe. Ich bin Königin Rosmarie. Der König ist mein Mann. Der König hat viel zu tun. Ich helfe ihm so gut ich kann. Prinz Bernhard und Prinzessin an. Wir sind die Kinder hier. Wir haben jeden Tag Unterricht. Am Samstag spielen wir. Ich bin der Minister hier. Der König hört auf meinen Rat. Ich helfe König Adelbert. Immer mit Rat und Tat. Ich bin Dina Luhig. Der König ist mein Herr. Ich bin gut und ich bin schnell. Der König braucht mich sehr. Und ich bin das Gespenst wie so. Ich habe mit Adelbert meinen Spaß. Der König hat keine O.